Und damit herzlich willkommen zu Folge 81, ja, die immer zu ankündigen, was habe ich beim letzten Mal getan, beim letzten Mal lief ja eigentlich nur noch das ME Prozessor System aufgebaut zu haben, und jetzt wollte ich mal schauen, wie viel kann ich denn hier reinwerfen, drei Stacks jeweils, super, das wird auch wieder los. Ja, ich bin jetzt momentan kritisch am Juvio Meta irgendwie produzieren, hauptsächlich krieg ich es irgendwie durch. Eigentlich, das ist relativ wie ich das bekomme, hauptsächlich krieg ich es irgendwie durch, weil Holz ist ja auch schon wieder Masse von 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann schauen wir mal irgendwie in die Mitte rein, wo wir da irgendwie dran kommen, ey, oh, warte, da können wir uns den ganzen Stick abziehen. Und wenn wir die Kiste voll haben, dann haben wir auf jeden Fall wieder genug von den Blättern hier. Dann können wir vielleicht noch ein zweites System aufbauen, das durchjuckeln, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Aber erstmal Holz nachwerfen, das ist definitiv wichtig, damit ich eine Juvio Meta zumindest schaffe mal. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, 3. Hey, 91%, yippie, jay, jay, lassen wir laufen. Da komme ich schon irgendwann dran, dass es gut läuft. Wie läuft es hier? Hey, läuft es auch miserabel. Muss ich den aktualisieren mal. Na, irgendwie, weiß ich auch nicht, also hängt irgendwo fest hier. Sind nicht viel drinne, knappe 32.000, aber immerhin was. Schon mal, wie sieht es hier aus? Hier ist nochmal ein bisschen Mulch drinne. Ja. Da können wir eigentlich noch ein paar Sticks Weizen hineinschmeißen. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal ins Dorf und knüppeln uns mal das alles weg. So, danke. Das Dorf ist ja eigentlich jetzt gerade in Mitleidenschaft. Das mache ich ja gerade nicht so weiter. Das müsste ich auch eigentlich weitermachen, das Dorf. Aber keine Zeit. Habe ich keine Zeit für. So, wo ist der Village hier denn? Oh, was machst du denn da? Dich hole ich jetzt erstmal da weg. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Hallo? Hallo, sie? Hallo? Hallo? Kommen sie mal her. Sie dürfen da Gesellschaft leisten hier. Und? Sich da hinsetzen. Bitteschön. Habe ich gerne getan. So. Das kann weg. Da machen wir wieder mal genäht an hier. Dup, 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 dup. Das ist auch wie gesagt hier noch ein bisschen, dass wir wieder ein bisschen essen kommen. Aber ich bin ja momentan nur noch friedlich zu spielen, damit ich meine Maschinen alles fertig bekomme. Damit ich dauerhafte Energie habe. Aber das dauert ja noch. Es dauert. Das dauert ja auch. Hup. Doch, die füllen sich auf. Hm, das geht ja nicht schneller, oder Schwert? Ja, Schwert geht. Zumindest haben wir das Dorf ein bisschen verschönert. Und die könnten eigentlich auch mal relativ Babys machen. Das ist ja auch mal clever. Von euch macht mal Kinders. So, Weizen für unten. Damit wir ein bisschen Mulch herstellen können. Muss auch irgendwas gut sein. Ah, da habe ich schon was ganz Kleines überlegt. Ja, das könnten wir eigentlich in diese, ähm, excavierten Löcher von den, äh, Turtles machen. Einfach so Weizenfelder reinzimmern. Einfach so unterirdische Weizenfelder reinbauen. Die brauchen ja einfach nur wachsen. Das ist ja eigentlich egal. Hauptsache die wachsen. Und dann einfach mit dem Wasserlauf runterlaufen lassen. Oder mit, ähm, Strom. Aber das ist ja auch wieder kostspielig alles. Sprich mit diesen, ähm, Harvester und sowas. Kannst du hier alles befüllen lassen. Geht ja auch. Oder mit hier. Ähm, Ernte. Ich glaube Ernte heißt nicht. Ernte helfe oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Zumindest diese Maschine von, ähm, Bildkraft. Was ist das denn hier? Okay, sieht aus, ob da Diamanten drin wären. Ähm, wo haben wir sie denn? Wenn ich sie gleich finde, dann ist es einfacher. Hier müssten die irgendwo bei sein. Hm. Also hier sind sie eigentlich immer dabei gewesen. Diese Maschine. Schauen wir mal gerade ein bisschen weiter. Hier sind sie nicht. Nein, 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 nein. Also, auf jeden Fall sind sie Maschinen. Hier sind sie auch nicht bei. Nein, hier sind eigentlich nur die ganzen Baum-Sorten. Hm. Aber wenn ich euch zeige, beziehungsweise wenn ihr seht, was ich meine, dann könnt ihr das wohl nachvollziehen. Ich schaue gerade mal, aber sonst... Nee. Hier ist nichts. Monitore, Display, was ist das denn hier? Okay. Uninteressant. Obsidian Chest. Was sind das denn hier? Ink-Mixer, Bookbinder. Hier ist es nicht bei. Die müssten noch hier bei sein. Sprich, hier sind ja diese Maschinen ja eigentlich. Oder sind die gar nicht mehr dabei? Bildkraft. Ist es Bildkraft? Ah, nee, es ist nicht Bildkraft, es ist Forrest-Bildkraft. Gibt noch mehr. Dankeschön. So. 15 Seiten. Da muss es doch irgendwo bei sein. Oder gibt es die gar nicht mehr? Sind das alte Maschinen. Oh, das sind doch keine alte Maschinen. Das sind doch immer diese neueren gewesen. Nee, die sind nicht mehr da. Also es sind Maschinen, wo ich halt Pumpkins und sowas mit ernten konnte. Aber anscheinend sind die nicht mehr dabei. Regenbank, Werkbank, Analyse, nee. Anscheinend geht es nur noch über diese hier. Diese neuwertigen Maschinen. Naja. Ist ja auch eigentlich egal. Soll mir recht sein. Ich habe so viel rumgetrittelt wieder hier. Dass sie zu gar nichts kamen. Ach, schnell noch ein bisschen die Pfeil abwerben. Dass zumindestens unten der Befeuchter laufen kann. Ja, eins der Kammer, das können wir reinschmeißen. Das ist okay. Dort ist okay. Die machen da oben auch keine Kinder irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Dann muss ich gucken, ob ich die irgendwie irgendwo durchlaufen lasse. Dann, 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 dann. Gehen wir noch schnell in den Keller. Schmeißen wir es da rein. Gucken wir vielleicht in unsere, wieder aufgenommen hier, 41.000. Dann ist die da hinten bestimmt wieder leer. Da, glaube ich mal definitiv dran, dass die leer ist. So, ein Moment hier geschnackelt. Guten Tag. Und dann nehmen wir hier so einen Stack rein. Zack, zack. Das nehme ich raus. Und den Rest kommt oben in die Kiste rein. Hier kommen jetzt gleich zwei Stacks. Setzlinge rein. Mal gucken, was ich da habe. Ach, schau. Dann einmal hier Pack wechseln. Plupp. Läuft nicht mehr. Nö. Das ist auch schon fast klar, dass das nicht mehr läuft. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Nehme ich wieder mit. Und dann schauen wir hier unten rein. Gehen wir mal so einen Stack. Gehen wir mal noch einen Stack. Danke. Denn das können wir jetzt da hinten reinschmeißen noch. Dass das wieder läuft, läuft, läuft. Unnötiger Kram. Und Jujo Meta müsste jetzt bitte eine Jujo Meta für dich sein. Damit zumindest was sich nur lohnt an diesem Tag. Wow. Eine Jujo Meta Materie. Ich glaube es nicht. Ich raste aus. Wo tue ich die mal gerade reinschmeißen hier? Irgendwo hier rein. Ich kriege noch einen Rappel. Einmal Jujo Meta. Schön. Das sind aber Stackfresser hier. Naja. Zumindest kriege ich Jujo Meta. Ein bisschen Jujo Meta in gewissen Zeiten. Das kann dauern. Wenn die sowieso leer sind und ich am Pennen bin, lasse ich am meisten Minecraft laufen, damit zumindest hier die ganzen Sachen voll werden. Aber wenn das nicht mehr ist, dann ist auch nicht mehr gesagt, dass ich genug Energie dafür habe. So, Holzkohle. Habe ich denn irgendwo noch Holzkohle? Holzkohle. Dankeschön. Oh, das passt doch gleich ganz super. Und ich werde jetzt eben noch da hinten das Ding wegholen und vorne dran sitzen. Denn wir haben es jetzt gleich Viertel vor zwei. Und die sollte mittlerweile mal in eine Haie reingehen. Dankeschön. Dann machen wir den nämlich auch noch voll. Ach, geh. Sieht ihr? Bin ich schon müde. Also eine beschissene Zeit. So. Machen wir mal voll. Machen wir mal weg hier. Den machen wir mal weg. Lassen wir laufen. Muss ja irgendwann was werden. Die lassen wir jetzt noch in Ruhe tun. Dann vielleicht kriege ich noch ein, zwei Jujo Meta. Damit ich wenigstens was herstellen kann. Und nicht so ein Philippa-Kram. Das kann ja eigentlich wieder hier irgendwo rein. Ah ne, das wollte ich unten reinschmeißen. Das wollte ich unten reinschmeißen. Dass zumindest das auch wieder ein bisschen befüllt ist. Schnell, 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 schnell. Komm, ich überziehe mal die Folge. Dann schaue ich noch bei den Turtles vorbei. Zack. Zack. So. Und wie gesagt, bei den Turtles sind wir eben noch vorbeischauen. Dürfen ja auch nicht vernachlässigt werden. Oh, fertig. Goodie. Dann gib mir mal eben noch was, was ich damit das Loch stoppen kann. Oh. Äh, 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 so. Jetzt. Ah, ich glaube, ich habe es nicht gestopft. Doch, habe ich. So, hoffentlich kommt noch irgendwo nochmal Wasser. Oh, Quarzstaub. Ach, hier sind wir bei mir. Ah, hier ist der Tunnel. Okay. Und hier würde ich dann eben so ebeneweise immer Weizen anbauen. Das ist ja gar nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Hier war ich auch schon mal. Ah, hier ist dieses Quarzstaub. Super. Was ich denn ein bisschen finden kann. Vielleicht mit einer Glücksspitzjacke. Da muss ich mal schauen. Ich muss ja irgendwie mal auf Glück mal irgendwann treffen. Na ja. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Zwei Diamanten. Super. Hier hat es sich gar nicht so richtig gelohnt. Ne. Also die haben nicht viel getroffen, ne? Nur ein bisschen Cobblestone. Die müsste ich auch in den Recycler reinpacken. Hier war ich auch noch nie. Hier war ich hier noch schon mal. Hier. Ach, ne. Hier ist nur Lava. Kann aber unschädlich gemacht werden. Hier ist Obsidian. Kann man gut gebrauchen. Dann läuft aber noch unnötig das Wasser hier rum her. Eee. Danke. Da kommt das Wasser. Super. Dann können wir hier die Höhle ein bisschen auskundschaften. Da kommt auch noch irgendwo Wasser her. So. Auch leeren. Dankeschön. Da ist Obsidian. Gleich wieder. Das ist irgendwie so ein Busch, oder? Das ist ein Goldbusch. Ein Goldbusch. Nice. Lohnt sich gleich. Aber erst später. Da hinten ist irgendwie auch ein Busch. Ein Zinnbusch oder sowas. Aber sonst war hier nichts Bespannendes drin. Gut. Ist ja auch nicht schlimm. Dann würde ich sagen, ich setze euch noch einen wieder. Oh, ich setze euch jetzt parallel hier nehmen. Das ist doch eine clevere Idee. Ja. Dann hole ich mir hier ein paar Kisten raus. Sechs Stück wieder. Dankeschön. Dann die Tasche weg. Und dann müssen wir sagen, hier. Zack, zack. Du hast nichts mehr im Inventar. Dankeschön. 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 Hinterher. Oh. Diamanten. Diamantenherz. Jawohl. Nice. Soll ich die gleiche Strecke da unten nochmal runterziehen. Damit es denn hier Lava irgendwie was nerven könnte. Hier wird er vielleicht ein bisschen Obsidian abbauen. Das ist ja auch super. Wenn ich auf Lava treffe, schmeiß ich um, glaube ich, was er einmal rein oder sowas hat. Würde auch nicht schaden. So. Exkuivate. Jetzt haben wir eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann hier. Und dann macht er eins, zwei, drei, vier, fünf. Nice. So lobe ich mir das. Lobet den Herrn. Halleluja. Okay, warte. Fünf. Jo, ist gleich schon wieder hell. Exkuivate. Fünf. Und hier auch nochmal Exkuivate. Fünf eingeben. Exkuivate. Fünf. Oh, das ist ja ein bisschen groß geworden. Exkuivate. Fünf. Und hier nochmal Exkuivate. Fünf. Gut. Das lasse ich jetzt noch laufen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Aber erst wenn wir beim Bett sind. Typisches Ritual. Erst wenn wir beim Bett sind, gehen wir schlafen. So, das kann laufen. Das soll jetzt über Nacht ein bisschen laufen. Dann habe ich meine Ruhe. Gut. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss, weil die Folge ist ziemlich überzogen. Da haben wir fast schon eine Doppelfolge. Aber egal. Bis dahin, würde ich sagen, euer Flash of the IP. Und nicht vergessen, alles kostenlos wie immer. Abonnieren. Und Daumen hoch geben. Alles was erfolgt. Und schmeißt Konfetti in Luft. Bis dahin, euer Flash of the IP. Tschüss. 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 Tschüss.